Herzlich willkommen zurück. Im vorigen Video hat Markus eine Methode vorgestellt, mit der wir lokale Extrempunkte mit Hilfe der ersten und zweiten Ableitung finden können. Markus hat gegen Ende des Videos aber auch noch erwähnt, dass es leider Extrempunkte gibt, die wir mit dieser Methode nicht finden können. Darüber wollen wir in diesem Video ein bisschen genauer sprechen. Du solltest bereits wissen, dass, wenn gilt, dass f' von x0 gleich 0 ist und f2' von x0 größer 0 ist, dann dürfen wir daraus schließen, dass f bei x0 ein lokales Minimum besitzt. Wenn f' von x0 gleich 0 ist und f2' von x0 kleiner 0 ist, dann dürfen wir daraus schließen, dass f bei x0 ein lokales Maximum besitzt. Das Ziel für dieses Video ist nun, dass wir den Fall untersuchen, der noch nicht abgedeckt ist. Also wir wollen uns jetzt noch anschauen, was alles passieren kann, wenn f' von x0 gleich 0 ist und f2' von x0 ebenfalls. Ich habe jetzt hier die hinreichenden Bedingungen für Extrempunkte noch einmal hingeschrieben und in beiden Fällen und rot hervorgehoben. Ich möchte einfach noch einmal betonen, dass es wirklich wichtig ist, dass jeweils beides erfüllt ist. Also es ist wichtig, dass die erste Ableitung 0 ist und die zweite kleiner 0, damit wir wirklich auf ein lokales Maximum schließen können mit dieser Methode. Beim lokalen Minimum ganz ähnlich. Wir müssen nämlich ein bisschen vorsichtig sein, bei diesem Weg Extrempunkte zu finden. Wir haben nämlich schon gelernt, das ist nur hinreichend. Also es stimmt zwar, dass wir folgern dürfen, dass wenn die erste Ableitung an einer Stelle 0 ist und die zweite ungleich 0, also entweder größer oder kleiner 0 ist, dass dann die Funktion f an der Stelle x0 einen Extrempunkt besitzt. Das Gemeine ist nur, es kann passieren, dass eine Funktion an einer Stelle x0 einen Extrempunkt hat und die erste und zweite Ableitung an dieser Stelle sind beide 0. Das bedeutet, wir können nicht die umgekehrte Richtung schlussfolgern. Es gibt Extrempunkte, wo die erste und die zweite Ableitung 0 ist. Die haben wir mit diesem Test nicht erwischt. Zur Erinnerung, dass die erste Ableitung 0 ist, das muss sowieso der Fall sein. Aber wenn jetzt die erste und die zweite Ableitung an einer Stelle 0 sind, dann kann dort tatsächlich ein Hochpunkt, ein Tiefpunkt oder ein Sattelpunkt sein. Schauen wir uns das einfach an ein paar Beispielen genauer an. Hier haben wir die Graphen von drei verschiedenen Funktionen. Einmal x hoch 3, einmal x hoch 4 und einmal minus x hoch 4. Als erstes, ein kurzer Arbeitsauftrag, überprüfe bei 1., 2. und 3. Ob tatsächlich die erste Ableitung an der Stelle 0 0 ist und die zweite ebenfalls. Nimm dir dafür ein paar Minuten Zeit und dann besprechen wir das Ganze weiter. Also gut, schauen wir uns die Ableitungen an einem Beispiel an. Betrachten wir x hoch 3. Dann haben wir hier f' von x ist 3x² und f2' von x ist 6x. Und wir sehen, wenn wir hier überall 0 einsetzen, dann ist das alles 0. Also x hoch 3 erfüllt diese Bedingungen. Und für x hoch 4 und minus x hoch 4 ist das ganz ähnlich. Ein noch kürzeres Argument dafür ist, dass wenn wir x hoch 4 ableiten, einmal dann bleibt irgendwas mit x hoch 3 und noch einmal dann bleibt irgendwas mit x². und keine konstanten Glieder. Das bedeutet jedes Mal, wenn wir 0 einsetzen, kommt sicher 0 dabei heraus. Also, unsere Funktionen hier erfüllen diese Bedingungen, aber machen sehr unterschiedliche Dinge. Betrachten wir als erstes x hoch 3. An der Stelle 0 hat x hoch 3 einen Sattelpunkt und erfüllt diese Bedingungen. Aber können wir dann aufgrund dieser Bedingungen auf den Sattelpunkt schließen? Nein, weil x hoch 4 hat an dieser Stelle ein lokales Minimum und erfüllt genau die gleichen Bedingungen. Und minus x hoch 4 hat ein lokales Maximum und erfüllt ebenfalls genau die gleichen Bedingungen. Das heißt, wir haben noch immer unser Problem nicht gelöst. Nur aufgrund dieser Information hier können wir nicht zwischen Sattelpunkt, lokalem Minimum oder lokalem Maximum unterscheiden. Wir brauchen andere Werkzeuge. Einfach nur die erste Ableitung und die zweite an dieser Stelle reichen nicht aus. Man kann natürlich, und das werden wir später auch noch einmal machen, ein anderes Werkzeug hier verwenden. Und zwar, man kann natürlich das Monotonieverhalten betrachten der Funktion überhaupt. Also man kann sich anschauen, was macht die Funktion davor und danach. Und x hoch 4 zum Beispiel wäre davor streng monoton fallend und danach streng monoton wachsend. Das ist leicht herauszufinden. Und aufgrund von dieser Information können wir dann auf das lokale Minimum schließen. Das heißt, in so einer Situation ist eine andere Vorgehensweise vorteilhafter. Weil nur aufgrund der Information, dass die erste und die zweite Ableitung hier Null ist, können wir leider gar nichts sagen. Außer, dass es ein Sattelpunkt, ein Minimum oder ein Maximum sein könnte. Hier unten sind die wichtigsten Dinge noch einmal zusammengefasst. Und noch einmal zur Wiederholung. Natürlich können wir mit dieser Methode hier lokale Minima, beziehungsweise wenn wir das hier umdrehen, lokale Maxima identifizieren. Das Problem ist nur, wir erwischen leider nicht immer alle. Also wenn die zweite Ableitung auch Null ist, dann haben wir leider im Allgemeinen keine Ahnung und brauchen ein anderes Werkzeug.